Herzlich Willkommen Leute zu einem kein Infovideo oder auch kein sonstiges Video, sondern ein Vorstellungsvideo. Also kein wirkliches Vorstellungsvideo an sich, sondern Werbung. Ich könnte es einfach als Werbungsvideo für einen Kanal, der mir persönlich sehr gefällt, könnte ich das auch bezeichnen. Und zwar TamTan... äh Moment. Dieser Kanal. Es ist ein... es ist jemand, der hat einen eigenen Videospielladen, kennt sich wirklich sehr gut mit Videospielen aus. Und der ist komplett gegen Zensur. Zensur? Nein, danke. Ein klares Nein zu sinnlosen Verboten von sogenannten Killerspielen. Ein klares Motto und ich bin exakt der Vertreter dieses Mottos. Diese dummen Zensierungen, ey. Halten uns diese Politiker etwa für blöd? Diese Säcke. Zs. Ja, geht auf diesen Kanal, steht in der Videobeschreibung. Unten einfach die Beschreibung öffnen. Und dort steht dann sein Kanal verlinkt. Hier ist... Der hat momentan... 6.319 Abonnenten. Ich hoffe, dass er durch euch ein paar mehr bekommt, weil er wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Keine Ahnung, sei es ein Let's Play oder sonstiges. Heute habe ich ja schon zwei Half-Life-Parts hochgeladen. Das reicht für heute. Das ist ein kleines Extra-Video. Ähm, ja. Und ich habe es geschafft. Beide Gothic-Teile laufen auf Windows 7. Freue ich mich drauf. Und habe ich euch auch schon in Half-Life-Let's Play erwähnt. Aber ich habe es nochmal gesagt für diejenigen, die nicht aufgepasst haben oder das Video nicht geschaut haben. Bis dann, Leute. Und bevor ich hier wieder... Ähm, tschüss, Leute. Äh, bis später. Äh, bis später.